Bevor Windkraftanlagen gebaut werden, müssen erst Gutachten erstellt und Richtlinien erfüllt werden. Bei einer Prüfung durch die Umweltschutzverbände NABU, BUND und LNV tauchten jedoch eklatante Mängel auf. Der Qualitätscheck ergab, dass die Vorgaben der Landesanstalt für Umweltmessungen und Naturschutz nur teilweise eingehalten wurden. Die Umweltschutzverbände haben insgesamt rund 18 Prozent aller Genehmigungsverfahren von November und Dezember 2016 in Baden-Württemberg geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass beispielsweise die Richtlinien zum Vogelschutz nicht gänzlich eingehalten wurden. Um Windenergie naturverträglicher zu gestalten, bedarf es unter anderem einer höheren Transparenz der Genehmigungsunterlagen als auch der Personalaufstockung und Schulung auf den Landratsämtern.